Sie suchen eine besondere, außergewöhnliche und stilvolle Immobilie? Dann sind Sie gerade fündig geworden. Dieses Architektenhaus ist wirklich etwas ganz Besonderes. Das Objekt wurde 1982 gebaut und verfügt über eine Wohnfläche von 155 Quadratmetern. Das Grundstück ist knapp 435 Quadratmeter groß. Gleich beim Betreten des Hauses zeigt sich der durchdachte und gleichzeitig völlig außergewöhnliche Grundriss. Von der Diele aus gelangen Sie direkt in das Erdgeschoss, das sich über zwei Ebenen erstreckt. Hier befindet sich der offene Küchen-Essbereich, der viel Platz für gesellige Stunden bietet. Die Küche ist mit einer Einbauküche und hochwertigen Markengeräten ausgestattet. Auf dieser Ebene befindet sich ebenfalls ein separates Gäste-WC. Über eine Treppe gelangen Sie direkt in den offenen und lichtdurchfluteten Wohnbereich. Von hier aus haben Sie einen direkten Zugang zur 33 Quadratmeter großen und teilüberdachten Sonnenterrasse. Über eine Treppe gelangen Sie vom Erdgeschoss aus in die obere Galerieebene. Diese ist großzügig gestaltet, lichtdurchflutet und bietet einen traumhaften Ausblick in die Umgebung. Das Untergeschoss verteilt sich ebenfalls auf zwei Ebenen. Hier befinden sich das Badezimmer mit Wanne, Dusche, Doppelwaschbecken und WC, ein Hobby und ein Kellerraum, sowie die Waschküche und die Haustechnik. Auf der zweiten Ebene im Untergeschoss befindet sich eine kleine Einliegerwohnung mit separatem Zugang, die auch wunderbar als Büro genutzt werden kann. Ebenfalls auf dieser Ebene ein Wohnschlafzimmer mit direktem Zugang auf eine weitere Sonnenterrasse und in den Garten, ein geräumiges Kinderzimmer, sowie ein Elternschlafzimmer. Ein weiteres Highlight ist ohne Zweifel der große Garten mit einem Naturbachlauf. Zum Objekt gehören außerdem eine Doppelgarage und mehrere Stellplätze. Sie sind neugierig geworden? Vereinbaren Sie am besten gleich heute noch einen Besichtigungstermin. Sie erreichen das Team von Kirsten Immobilien im Büro Bahningen unter der Telefonnummer 07433 9022 684 und im Büro Dormettingen unter der Telefonnummer 07427 91 030.